Hallöchen meine Frau, Pils, Freunde und Koppel, so geht's wie stets. Endlich, wirklich endlich ist Season 4 da, ne. Ich hab die ganze Zeit wirklich auf nichts anderes gewartet. Seit letzter Woche warten wir schon, da sollte er halt letzte Woche schon da sein, aber kam er nicht. Und ja, jetzt haben wir es endlich, ne. Ich freu mich übelst und ich wollte mit euch in diesem Video mal schauen, was es denn alles Neues gibt und euch mal hier und da ein paar Sachen erzählen. Und ja, bevor ich dazu komme, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wir fangen mit dem aller, aller wichtigsten an, nämlich den neuen Waffen. Dann gibt's nämlich zwei neue Gratis-Waffen, die wir, ja, wie der Name schon sagt, gratis bekommen, ne. So wie immer, wie jedes Season, ab Stufe 15 und ab Stufe 31 oder so, bekommen wir jeweils eine von den neuen Waffen. Und die erste von den Waffen ist, ist die Fennec. Also quasi, ich bin tot. Also quasi die Vector, die war ja, das war ja vorher schon bekannt, dass eine Maschinenpistole auf Level 15 oder so bekommt man die. Und ja, die scheint jetzt im ersten Eindruck echt, oh Gott, das sind nur Bots, ne. Echt sehr interessant zu sein. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich freu mich. Also auf die Waffen freu ich mich ja sowieso, diese Season. Und ja, dann kommen wir mal zur zweiten neuen Waffe. Das ist die CR-56. Ich bin tot. Amex oder so. Das soll... Mann, Alter, das sind Bots, verdammt. Mann, aber was ist denn hier los? Äh, nee, das soll wohl die Galil sein. Aber ich find irgendwie Galil-mäßig sieht die jetzt nicht aus. Auf jeden Fall auch geil, Alter. Oh, ich freu mich auf die Waffen. So, dann sind wir hier als nächstes beim neuen Battle Pass, ne. Den werd ich mir auch diesmal direkt kaufen, weil wie man da oben sieht, hab ich diesmal 1000 Punkte tatsächlich. Und ja, wenn... Wenn man's hat, ne, warum sollte man's denn nicht machen? Und da ist er schon, geil. Dann schauen wir uns das ganze Ding auch nochmal an, schnell. Ja, hier, das war ja vorher schon bekannt, ne. Captain Price ist zurück. Den haben wir jetzt als Operator. Also den hab ich jetzt auch grad freigespielt. Und ja, dann haben wir hier auf jeden Fall 100 Stufen. Ich werd jetzt hier, ich werd jetzt hier, sorry für den Versprecher, nicht jede einzelne Stufe durchgehen. Aber auf jeden Fall schon ein paar interessante Sachen dabei. Hier zum Beispiel die Vector, ne. Stufe 15, wie ich meinte. Und die andere Waffe gibt's hier ab Stufe 31, hier auch geil. Ist das hier ohne Karabiner-Variante? Das gefällt mir ja sehr gut. Aha. Schick, schick. Ja, ich geh jetzt hier nicht alles durch. Könnt ihr ja selber angucken, ne. Hat doch jeder einen Battle Pass. Hier seht ihr das, Alter, die ganzen 100 Stufen. Schön. Freu ich mich. Toll. Wunderbar. Ja, richtig schick. Ja, wirklich richtig schick. Hammer. Ach, und hier übrigens gibt's jetzt auch noch Hupen. Für die Fahrzeuge. Darauf hat die Welt auf jeden Fall gewartet, ne. Hier haben wir dann noch ne zusätzliche neue Waffe, die ist nicht im Battle Pass enthalten. Die bekommen wir, indem wir drei Abschüsse beim Rutschen in 15 verschiedenen Spielen machen. Also Sprinten, dann rutschen halt und mit nem Messer dann Leute killen. Das geht wahrscheinlich am besten auf Shipment. So, und hier ist eine von den drei neuen Maps, die wir auch noch bekommen haben für den Multiplayer Scrapyard. Das ist hier ne Map aus MB2. Leute, die MB2 kennen, müssten die Karte kennen. Sorry, dass ich hier gerade so hinschwitze gegen Bots. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja, aber soviel dazu, ne. Könnt ihr euch ja eigentlich auch selber angucken. Interessiert mich jetzt nicht so heftig extrem. Also die Karte ist sehr gut, gar keine Frage. Aber ich bin ja ein bisschen geiler auf Warzone. Und da haben wir auch nochmal was Neues, was ich euch jetzt erzählen kann. Nämlich gibt es jetzt während eines laufenden Matches in Warzone Live-Events tatsächlich, die man aktivieren kann. Und zwar drei Stück, die da heißen Jailbreak, Firesale und Supply Chopper. Jailbreak ist, alle Spieler kommen zurück ins Match, egal ob komplett down, derzeit im Gulag oder gerade erst erledigt. Jeder Spieler wird wiederbelebt. 60 Sekunden bevor ein Jailbreak startet, bekommt die Spieler ein Signal. Das bedeutet, wenn man das aktiviert so in den letzten paar Zonen, kommen auf einmal alle 150 Leute wieder. Krass. Firesale ist ein kurzzeitiger Preiseinbruch bei den örtlichen Kaufstationen. Für 60 Sekunden sind manche Items stark reduziert oder sogar komplett kostenlos. Lange Schlangen vor der Ladentheke sind vorprogrammiert. Ja, nicer Witz, der hier steht. Und das allerletzte sind dann noch Supply Chopper. Ein großer und gut gepanzerter Transportheli erscheint über Verdunct. Zerstört ihr den Heli, spuckt ihr eine Menge Loot aus. Doch nicht nur für euer Team. Also da wird es dann ziemlich heftige Kämpfe um den Spot geben, wo denn der Helikopter rumfliegt. Und das ist, wie ich finde, jetzt erstmal das Wichtigste und Interessanteste. Das, was man so wissen muss. Und ja, mal gucken, wie Season 4 so wird. Da kommen ja dann irgendwann noch neue Karten und dann noch eine neue Waffe, so wie es jede Season ist. Wer weiß, mal gucken, abwarten. Und ja, dann haut da rein und tschüss. Wer weiß, mal gucken, abwarten.